Ich habe hier ein kleines Häuschen gebaut, aber es ist noch ziemlich leer und muss eingerichtet werden. Und da dachte ich mir, komm, ich benutze für jeden Raum ein zufälliges Pack und darf dann nur mit diesem einen Pack einrichten. Ich habe in der Vergangenheit schon mal so ein Video gemacht, aber es hat so Spaß gemacht, ich wollte es einfach nochmal machen. Und dafür habe ich ein Glücksrad erstellt mit allen Sims-Packs, die ich habe. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit dem ersten Raum an. Und da würde ich, glaube ich, das Wohnzimmer nehmen. Hier habe ich mir gedacht, mache ich ein Wohnzimmer, aber das ist nur so zwei Drittel von dem ganzen Raum. Und hier würde ich dann eine Küche platzieren. Ja, ich glaube, ich würde einfach mit dem Wohnzimmer anfangen. Und das Pack für den ersten Raum ist... Nein! Oh mein Gott, nicht Heimkino, danke! Landhausleben, das ist ja richtig cute! Das heißt, das Wohnzimmer wird nur aus Landhausleben bestehen. Und ich glaube, wir haben keinen Fernseher bei Landhausleben. Okay, ich glaube aber, wir haben einen Kamin, oder? Doch, okay, gut. Wir haben einen Kamin, das heißt, es kann unser Fernsehersatz sein. Und ich würde sagen, wir filtern einfach das Pack Landhausleben. Das sind alle Sachen, die ich jetzt benutzen darf. Und ich finde, es sind relativ viele Sachen. Aber das Erste, was wir brauchen, ist ein Boden. Und da haben wir nur... Oh! Wir haben nur einen Holzboden und so Blümchen und Steine. Okay, das... Okay, mhm. Wir haben so einen dunklen Boden. Ist auch irgendwie cool. Ich glaube, das würde ich sogar nehmen. Ja, ja, das mag ich, ja. Dann einen schönen Kamin. Der sieht halt schon schön aus. Aber wie sieht der hier aus? Der ist halt auch cute, aber ich glaube, der ist ein bisschen... Nee, der ist nicht zu groß. Ja, sieht aber schon sehr riesig aus. Was haben wir hier für Farben? Schöne. Ja, doch, ich nehme den. Ich nehme den rechts. Und wir brauchen hier unbedingt Licht. Da haben wir so ein... Ja, ja. Passt halt zu diesem Landhausstil. Und wir bräuchten auch eine Tapete und... Oh. Oh, wir hätten hier so einen Stein. Okay. Und sonst halt so eine Tapete. Oh Gott. Haben wir das mit so einem dunklen Holz? Das ist aber zu dunkel. Oh! Wir müssen den Stein nehmen. Okay. Die Tapete können wir nicht nehmen. Das heißt, wir nehmen einfach den Stein. Ja, geht. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber... Geht klar, würde ich sagen. Sehr schön. Wir haben hier einmal weiß und einmal so ein grau. Und so verbräuchten wir. Da haben wir auch keine Wahl. Haben wir Platz für einen Sessel? Oh. Hätten wir eigentlich. Aber was haben wir hier für Farben? Oh. Das ist eine schöne Farbe. Das ist eine richtig schöne Farbe. Keine Ahnung, wie ich die Farbe bezeichnen soll. Oder wie ich sie nennen soll. Aber die ist schön. Das ist ja nicht der passende Sessel zu dem Sofa. Ne. Das ist alles, was wir haben. Oh nein. Ich kann doch keinen Pilz hier platzieren. Ne. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen blöd. Aber mal gucken, was für einen Teppich wir haben. Nur einen? Der hier nicht reinpasst. Okay, Moment. Ich kann ja hier diesen Türrahmen ein bisschen bewegen. Und dann das so... Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Das sieht ja auch irgendwie falsch aus, oder? Ich muss aber unbedingt gucken, was für Farben wir hier haben. Ja. Es passt alles irgendwie nicht so richtig. Also der Teppich ist mir echt ein bisschen too much. Aber gut. Dann ist es halt der Teppich. Und wir gucken uns mal die Pflanzen an. Ja. Wir haben ein paar Pflanzen hier. Das ist sehr gut. Eine Stehlampe haben wir nicht. Aber so einen kleinen Beistelltisch hätten wir schon. Ja. Ist ganz süß. Und Kaffeetisch bräuchten wir... Ne. Ne. Wir haben keinen Kaffeetisch. Wir haben einfach keinen Kaffeetisch. Was haben wir denn in dem Pack? So ein Heubein. Och ne. Was ist denn das? Och ne. Wisst ihr was? Ich mach das. Ich mach das echt. Ich bin traurig. Deswegen ist das jetzt unser Kaffeetisch. Man muss aber auch sagen, wir haben nicht sehr viel Platz für Deko. Okay. Eine Sache muss ich nachgucken. Haben wir ein Bücherregal? Wir haben nicht mal ein Bücherregal. Was? Aber hier Hasis mit Büchern. Die schweben. Och ne. Ja so geht's auch. Ich hätte gerne hier so eine Trennwand zur Küche. Aber ich wollte das eigentlich mit Bücherregalen machen. Aber wir haben kein Bücherregal. Deswegen gucken wir einfach mal, was für Bilder wir hier haben. Nicht so viele. Okay. Sind da wenigstens andere Sachen dabei? Drauf? Meine ich? Ja. Mhm. Oh. Wanddeko hätten wir, oder? Müssen wir. Wir haben... Was ist... Was ist das? Pappgeschichten in Bildern. Jetzt kann ich hier nicht an die Wand machen, oder? Vorhänge. Haben wir auch nicht. Aber so ein Ding. Naja. Immerhin etwas. Wir haben so eine Teekanne. Oh. Das platzieren wir auf unserem wunderschönen Kaffeetisch. Ja. Och das ist cute. Aber wir haben keine Tassen. Das ist schade. Aber wir haben eine Teekanne hier. Immerhin etwas auf dem Tisch. Haben wir einen Spiegel? Auch nicht. Ich muss mal gucken, was wir alles so haben. Hä? Wir... Was ist denn das? Wir haben einen Tisch. Hä? Aber der ist schon sehr groß. Aber ich platziere den so. Hab den ein bisschen kleiner gemacht. So würde ich sagen geht's. Wir haben einen Stuhl. Oh. Oh. Können wir das als Trennwand? Nee, oder? Nee. Das können wir nicht als Trennwand benutzen. Nee. Hier noch so Blumen auf dem Tisch. Das schwebt. Alles klar. Ich würde sagen, das war es mit dem Wohnzimmer. Und wir machen weiter mit der Küche. Und für die Küche müssen wir das Pack... Oh mein Gott. Okay. Ab ins Schneeparadies benutzen. Alles klar. Das finde ich tatsächlich richtig cool. Denn die Küche von Ab ins Schneeparadies benutze ich nie. Ich habe die, glaube ich, einmal bis jetzt benutzt. Und eine Sache, die da richtig blöd ist, ist, dass wir keine Hängeschränke haben. Wir haben Theken, aber keine Hängeschränke. Ich glaube, ich habe noch nie eine Küche ohne Hängeschränke gemacht. Aber wir platzieren einfach mal unsere Theken. Und... Boah, das ist sehr eng hier. Das ist sehr eng. Ui. Ich würde gucken, dass ich irgendwie so einen Holztun da finde. Wir haben... Ich glaube, das wird gehen. Ja, das sieht gut aus. Okay. So. Ich weiß, hier ist es sehr eng. Ich glaube, die Sims können da nicht durch. Aber ich möchte trotzdem ein paar Hocker haben. Ist das die passende Farbe? Oder das hier? Sieht alles irgendwie nicht so... Nee. Ich lasse es mal so. Ich glaube, das ist falsch, aber ich lasse es mal so. Aber wir brauchen in der Küche noch einen Boden und eine Wandfarbe. Tapete. Da gucken wir, was wir da haben. Okay. Das ist alles, was wir haben für die Küche. Wir haben keine Fliesen, aber Sand. Ich weiß nicht, wie wir das finden. Aber ich würde es, glaube ich, so lassen. Ich habe jetzt versucht, hier ein bisschen was zu basteln. Gut, ich glaube, Sand in der Küche passiert nicht so oft in der Küche. Aber mal gucken, was wir bei den Tapeten haben. Da haben wir sogar Fliesen. Wow. Haben wir Säulen? Ich glaube, wir haben Säulen hier. Okay, wir haben eine Säule, da können wir so den Raum ein bisschen... Oh, das ist nicht gut. Also, wenn ich ehrlich sein muss, darf ich den Türrahmen eigentlich gar nicht benutzen. So, jetzt haben wir ein bisschen die Küche abgegrenzt oder markiert, von wo bis wo die Küche ist. Die Fliesen finde ich gerade ganz schlimm. Da muss ich mal gucken, ob wir was anderes finden. Wir haben hier so ein Holz. Das ist ja auch irgendwie cool. Aber passt so gar nicht zu dem Wohnzimmer. Das ist jetzt die wunderschöne Küche. Und wir gucken mal, ob wir überhaupt einen Wasserhahn haben. Haben wir? Ein Waschbecken? Wieso Wasserhahn? Ich meine natürlich ein Waschbecken. Das stört mich jetzt so richtig, dass es nicht mittig ist. Aber gut, haben wir einen Ofen? Wir haben tatsächlich einen Ofen hier. Und wir brauchen auch einen Kühlschrank in der passenden Farbe, die wir anscheinend nicht haben. Ist das jetzt deren Ernst? Gut, dann ist das die Küche. Es tut mir leid, dass der Kühlschrank jetzt hier vom Fenster ist. I'm sorry. Und einen Mülleimer brauchen wir. Ganz wichtig. Den vergesse ich immer. So, einmal hier. Und sonst brauchen wir eigentlich nichts. Außer Deko. Ähm, okay. Ich glaube, Deko haben wir nicht. Aber vielleicht Pflanzen. Ja, das sind ein paar Pflanzen. Kann ich die einfach hier so platzieren? Nein. Aber hier so ein kleines Ding. Das geht. Aber wohin damit? Oder so eine Blume. Ja, die Blume ist cool. Haben wir Vorhänge? Und, oh mein Gott, wir brauchen ja Licht. Wir haben... Oh, das sieht schön aus. Oh, das mag ich. Ja, das ist cute. Hier an der Wand haben wir noch ein bisschen Platz für so ein Regal. Das platziere ich einfach mal so. Und da können wir dann noch mehr Pflanzen platzieren. Hier dann noch so ein bisschen Geschirr in den Theken. Und ich würde sagen, das ist die Küche. Und ich finde sie, ja, ganz interessant. Ja. Und wir machen weiter mit dem nächsten Raum. Und das hier ist der Eingangsbereich slash Essbereich. Ja. Wir drehen einfach am Rad. Und das nächste Pack ist... Nein, nein, nein. Nicht schick mit Strick. Nein. Och ne. Nicht schick mit Strick. Da haben wir keinen Esstisch. Och ne. Och ne. Okay. Mal gucken, was schick mit Strick zu bieten hat. So. Wir haben einen Sofa. Einen Sessel. Toll. Einen Esstisch haben wir nicht. Aber einen Hobbykünstlerschreibtisch. Das ist ja top. Aber wir haben nicht mal einen Stuhl, den wir hier platzieren können. Dann vielleicht einfach mal so einen Sessel. Ist ja auch ganz cool. Aber ich würde es, glaube ich, hier so platzieren. So. Einen Teppich haben wir nicht. Das ist ganz traurig, finde ich. Und wie man sieht, haben wir auch keine Pflanzen. Doch, wir haben Blumen. Okay. Okay. Das freut mich ja sehr. Wir haben echt gar nichts in diesem Pack. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Hier kann man aber schön stricken. Die Farben werde ich gleich ändern. Da gucke ich mal. Wir haben so einen Schwarz. Ist ja auch cool irgendwie. Und dazu so einen Orange. Fände ich cool. So ein bisschen Deko. Dann haben wir noch so einen Wagen. Den platzieren wir. Weiß ich nicht wohin. So. Keine Ahnung, was ich hier tue. Wir haben so eine Wand. Ja, dafür haben wir aber keinen Platz. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich sonst noch platzieren soll. Wir haben noch so einen Tisch. Aber keine Ahnung, wohin damit. Vielleicht so. Oh. Sieht eigentlich süß aus. Darüber können wir dann so ein Ding platzieren. In einem Orange. Und einmal in so einem Schwarz. Vielleicht einmal kleiner machen. Top. Dann hier noch so ein bisschen Deko. Auf dem Schreibtisch können wir auch so was platzieren. Dann so auch so Dinger zum Stricken. Und ich weiß es noch vom letzten Video. Wir haben keinen Boden und keine Tapete. Und es tut mir echt leid. Aber das ist der Raum. Und ich würde sagen, wir reden nicht länger über diesen Raum und gehen weiter nach oben. Und da haben wir noch so einen Flur. Und vielleicht haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück beim Rad. Und das nächste Pack ist... Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Ja. Ja. Oh mein Gott. Tiny Houses. Ja. Okay. Das ist ein richtig cooles Pack. Tiny Houses hat keine Wände und keinen Boden. Nein. Nein. Ich habe mich gefreut. Haben wir aber einen Teppich. Ich kann doch hier nicht überall einen Teppich platzieren. Aber vielleicht auch doch. Das ist unser Boden. Eine Wand haben wir leider nicht. Ist sehr schade. Aber mal gucken, was wir sonst so haben. Ne. Das ist schick mit Strick. Wir brauchen Tiny Houses. Wir haben Bücherregale oder ein Bücherregal. Wir haben einen Fernseher. Ist das blöd, wenn ich hier noch einen Fernseher platziere? So. Und dann so ein kleines Sofa. Ach, ich finde das süß. Ja, das ist cute. So ein Dunkelblau finde ich auch sehr schön. Und einen Kaffeetisch haben wir auch. Das weiß ich. So. Okay. Ich weiß nicht, ob wir Pflanzen haben. Oh nein. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir haben. Och, wie sad. Das ist ja richtig traurig. Okay. Aber vielleicht haben wir einen Vorhang. Ne, haben wir nicht. Aber eine Lampe. Immerhin eine Lampe. Wie sieht das aus, wenn ich nur die Teppiche blau mache? Sieht schon dumm aus. Ich muss die drehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ja intelligent. Ne, doch nicht. Wieso ist der Teppich nicht über dem? Hä? Ne, Sims. Ne, ne. Ne, ich lasse es blau. Ich lasse es einfach blau. Wir brauchen aber Türen. Wir haben eine einzige Tür. Alles klar. Dann einmal eine Tür für das Badezimmer und einmal fürs Schlafzimmer. Da würde ich die hier platzieren. Und haben wir einen Schreibtisch? Einen kleinen. Ja gut. Der passt hier perfekt rein. Ja, das ist süß. Und daneben können wir noch so ein... Ja, da ist aber das Fenster. Vielleicht mache ich das auch so. Ja, ich glaube das ist cool. Und hier bräuchten wir noch irgendwas. Aber ich weiß nicht was. Haben wir Bilder? Oh, Bilder haben wir... Oh, die sind richtig schön, oder? Das sind die einen mit... Ja, das sind die mit den Pflanzen. Gut. Wenn wir keine richtigen Pflanzen haben, dann wenigstens Bilder mit Pflanzen drauf. Ah, cute. Cute. Dann hier noch so kleine Tische. Perfekt. Und oh, ich glaube einen Computer haben wir hier nicht. Wir haben aber eine Lampe. Oh. Wir könnten das hier auf dem Schreibtisch so platzieren. Sieht ein bisschen groß aus, aber egal. Hallo. Boah, das Dunkelblau sieht ja mal geil aus. Hä? Das habe ich noch nie gesehen. Und hier nochmal das Deko-Ding, weil wir haben nicht so viel zur Auswahl. Boah, die Lampe hier ist echt riesig. Oh mein Gott. Wir können die Lampe hier so platzieren. Oh. Das ist ja perfekt. Wow. Wir haben auch einen Spiegel. Oh no. Vielleicht das als Deko. Ist schon komisch, die Deko, aber ich finde es cool. Ich mag es, ich mag es, ich mag es, ich mag es. Oh mein Gott, ich finde es cool. Und ich würde sagen, das war es mit dem Flur. Und ich finde den Raum echt eigentlich irgendwie süß. Also ich bin nicht so streng mit mir, weil ich hatte keinen Boden, ich hatte keine Wand. Ich finde, ich habe das Beste daraus gemacht. Und wir können weitermachen mit dem Badezimmer. Für das Badezimmer bekommen wir das Pack. Bitte irgendwas mit einer Toilette. Oh. Hat Wellness-Tag eine Toilette? Ich habe keine Ahnung, ob Wellness-Tag eine Toilette hat. Bitte, bitte, bitte hab eine Toilette. Wir haben ein Waschbecken. Wir haben eine Toilette. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben so Glück. Das gibt es nicht. Wir haben eine Dusche, wir haben eine Badewanne, wir haben ein Waschbecken und eine Toilette. Okay, ich freue mich ein bisschen zu sehr, aber... Nee, nee, ich freue mich nicht zu sehr. Man kann sich auch einfach im Leben freuen. Das Leben kann auch schön sein. So, eine Badewanne. Perfekt. Die sollen hier muss ich löschen. Die sind nicht von Wellness-Tag. Oh. So ein blaues Badezimmer. Wir haben hier auch so richtig coole Fliesen. Oh mein Gott. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Guckt mal, wir haben so coole Fliesen bei dem Pack. Wir haben sowas. Ich weiß nicht wirklich was. Wieso? Ich weiß es nicht. Wir haben da ein Blau, aber das werde ich auf gar keinen Fall benutzen. Haben wir hier so ein Blau? Nee, leider nicht. Ach, das ist schade. Ach, das ist richtig schade. Dann vielleicht die Badewanne doch weiß. Und vielleicht nehme ich hier bei den Fliesen was Cooles. So einen coolen Blauton. Das Dunkelblau sieht halt echt cool aus. Wie oft habe ich jetzt cool gesagt? Ich weiß nicht. Boah, die Fliesen. Wie cool die aussehen. Cool. Einfach cool. Wie finden wir das, wenn diese Wand dunkelblaue Fliesen hat und alle restlichen Wände hellblaue Fliesen haben? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Mal gucken. Ich muss es auf mich einwirken lassen. Oder vielleicht machen wir das so. Sieht auch cool aus, finde ich. Aber wir brauchen einen Boden. Da hätten wir einmal das hier und einmal das hier. Da finde ich das andere besser. Da werde ich nicht das Dunkelblau nehmen, sonst ist das ein bisschen zu viel. Bisschen zu viel des Guten. Aber vielleicht einfach weiße Fliesen. Die sehen finde ich sehr cool aus. Und wir brauchen dann noch eine Plattformleiste. Ich bin mal so frech und nehme eine aus dem Base Game. Einfach so eine weiße. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm. Und wir können wieder weitermachen mit Wellness Tag. Und wir brauchen eine Säule. Oh Gott. Die ist ganz schön groß, die Säule. Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Aber gut. Wenn es sein muss. Why not? Spannsillen haben wir nicht. Okay. Schade. Aber Vorhänge. Wir müssen Vorhänge haben. Okay. Wir haben keine Vorhänge. Alles klar. Wir brauchen aber eine Toilette. Einmal. Eine Dusche vielleicht. Und ein Waschbecken. Oh. Oder wir machen das so. Haben wir auch so ein normales Waschbecken. Ne. Wir haben nur das. Okay. Das heißt, wir können keine Theken platzieren. Das ist ein bisschen traurig. Aber gut. Oh mein Gott. Ich habe einfach die Bank genommen. Und habe die kleiner gemacht. Und jetzt sieht das so aus wie... Wie... Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ich mag es. Okay. Gut. Ich mag es. Oh. Wir brauchen auch eigentlich... Einen Spiegel. Ich weiß jetzt nicht, wo ich den Spiegel platzieren soll. Finden wir das cool? Ich weiß es nicht. Aber es ist mal was anderes. Wir haben einen Bambus. Das ist ja gut zu wissen. Dann nehmen wir auch gleich zwei Stück. Und ich finde, so sieht es irgendwie cool aus mit den Spiegeln. Ich glaube, ich mag die Säule doch nicht. Ne. Wir löschen die. Ich mag die nicht. Und... Eigentlich ganz cool. Dann nehme ich mal die Farbe. Oder ich mache das in so einem hellen Holzton. Ja. So finde ich es cool. Und wenn ich das größer mache, sieht es so aus. Ich weiß... Ja. Nee. Doch. Doch, doch, doch. Ich mag das. Ich finde das cool. Und sonst hätten wir so eine Vase. Ja. Die ist ein bisschen riesig. Wenn man die kleiner macht, dann geht es, finde ich. Hier haben wir so einen Schwarz. Ja. Vielleicht noch kleiner. Gibt es die in so einem Weiß? Ich glaube nicht. Nee. Schade. Viel Deko haben wir in dem Pack leider nicht. Was ist das? Fuß. Was? Fuß Beleuchtungssystem. Modell Ecke. Oh. Das ist ja cool. Oh mein Gott. Das ist ja richtig cool. Ja. Jetzt leuchtet einfach unser Teppich. Wir brauchen auch eigentlich irgendwas, wo wir Sachen drauf platzieren können. Ich glaube, der ist ganz okay. Der Tisch. Jetzt können wir hier nämlich so Dekosachen platzieren. Finde ich richtig cool. Und hier noch so Seife. Und das war es mit dem Badezimmer. Und ich finde es echt ganz cute. Ja. Ich mag das Badezimmer. Und wir machen weiter mit dem letzten Raum. Ja. Mit dem letzten Raum. Und zwar dem Schlafzimmer. Und für das Schlafzimmer bekommen wir das Pack. Nicht Weihnachtstag. Ich habe vergessen, Weihnachtstag rauszunehmen. Und für das Schlafzimmer bekommen wir das Pack. No. No, 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 no. Oh mein Gott. Traumhaftes InDesign. Wer es noch nicht wusste, Traumhaftes InDesign ist mein Lieblingspack. Sage ich in gefühlt jedem Video. Und ich freue mich gerade richtig, dass ich für das Schlafzimmer einfach traumhaftes InDesign bekomme. Oh mein Gott. Einfach traumhaftes InDesign. Ich komme nicht darauf klar. Aber worauf ich auch nicht klarkommen kann, ist, wir haben keinen Boden. Aber wir haben eine Tapete. Und die hier musste ich benutzen. Aber ich finde die Farbe richtig cool für ein Schlafzimmer. Ja. Das mag ich. Und das ist auch cool. Aber ich glaube, das mag ich einen Ticken mehr. Ich glaube, der Boden im Schlafzimmer wird wieder aus Teppichen bestehen. Aber diesmal haben wir so einen Teppich. Und den werde ich süß. Der ist sehr cute. Aber der ist... Vielleicht müssen wir den so platzieren. Ja. Das wird sogar gehen. Haben wir da vielleicht so eine neutrale Farbe? Oh, ein schwarzer Boden. Ja. Ja. Das fühle ich. Ja. 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 Und hier haben wir dann noch so ein Ankleidezimmer. Oh mein Gott. Ich finde es cool. Ich finde den Boden irgendwie cool. Es ist sehr viel Muster. Es passiert sehr viel hier im Raum. Also an den Wänden und auf dem Boden. Aber ich finde sie richtig cool. Oh mein Gott. Oh. Wir haben da jetzt keine riesige Auswahl. Aber wir haben zwei schöne Doppelbetten. Einmal das hier und einmal das hier. Und hier haben wir wieder ein Muster dabei. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Ja. Ich glaube, ich nehme das Bett ohne Muster. Und in der Farbe. Ich finde die ganz cool. Und wir haben auch Vorhänge. Richtig, richtig cool. Und das bedeutet, ich platziere überall Vorhänge. So, da hätten wir auch, ja, da ist wieder ein Muster dabei. Mach ich die einfach schwarz? Ich glaube schon. Ja. Ja, ja, ja. Nachttische. Uh. Das finde ich cute. Oh. Ich glaube, das mag ich. Ich glaube, das mag ich. Sieht ja irgendwie süß aus. Oh mein Gott. Ich habe vergessen. Wir haben keine Pflanzen. Wir haben einmal Pampusgras. Oh Gott. No. Und wir haben sowas für die Wand. Ja. Hm. Ein bisschen sad. Hier noch so ein Bild. Einen Schreibtisch bräuchten wir vielleicht auch. Hier so. Oh, dann kann man nicht durch. Ui. Okay, vielleicht doch kein Schreibtisch. Wie finden wir das? Ich habe jetzt hier diese Theken genommen und einfach umgedreht. Ich finde das cool. Hat irgendwie was. Aber vielleicht hätte ich es lieber hier machen sollen. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Ich überlege noch ein bisschen. Oh, wir haben ja auch Bücherregale. Okay, die Theken sollte ich echt lieber hier platzieren. So. Einmal. Und zwei. Okay, das ist jetzt nicht mittig. Boah, die Sims können hier auch nicht durch. Aber was die Sims können, ist rüberrutschen. Das heißt, sie können von der Seite sich hinlegen und dann auch rüberrutschen, falls noch ein zweiter Sim kommt. Dann haben wir noch so eine Dekoschale. Einmal so ein Lama. Ein rosa. Oh, vielleicht doch. Noch ein Baby-Lama. Oh, wie cute. Oh mein Gott. Ey, wie süß ist das denn? Das ist ja richtig süß. Und hier können wir dann so ein Bücherregal platzieren. Da haben wir sowas. Und wir können direkt zwei Stück platzieren. Perfekt. Das würde ich, glaube ich, auch in so einem dunklen Ton machen. Ja. Sieht gut aus. Es hat schon sehr wild, das Zimmer. Es passiert sehr viel. So was neben den Betten. Oh, das finde ich richtig cool. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Ich glaube, das Schlafzimmer würde ich jetzt so lassen. Und wir machen weiter mit dem Ankleidezimmer. Und da ist es auch richtig cool, dass wir traumhaftes InDesign bekommen haben. Denn wir haben hier so Kleiderschränke. So offene Kleiderschränke. Die müssen wir uns aber selbst zusammenbasteln. Da würde ich das, glaube ich, so machen. Wir müssen auch gucken, wie es mit dem Eingang passt. Aber die Sims können da noch durch. Und dann haben wir noch so ein Teil. Und wir haben einen Kleiderschrank. Da können wir jetzt so Kleidung aufhängen. So. Sieht doch süß aus. Aber wir bräuchten schon so einen Spiegel. Wir haben halt nur sowas. Das ist blöd. Ich könnte da aber, glaube ich, auch wieder was basteln. Ich versuch's mal. Ich bin einfach eine Bastelmaus. Wow. Ich bin einfach eine Bastelmaus. Das sieht mich hier aber noch ein bisschen zu leer aus. Mal gucken, ob wir so einen Sessel hätten. Wir haben sowas. Ja. Oder, was ich auch sehr cool finde, aber ich glaube, vom Platz her reicht's nicht. Boah, ist sehr eng. Sehr, sehr eng. Vielleicht, wenn ich so ein bisschen in die Wand schiebe. Also so wird's schon gehen. Und ich glaube, das lasse ich auch so. Und dann hier noch Pampasgras. Und ich glaube, ich würde sagen, das war's mit... Oder? Nee, 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 nee. Noch ein Bild. Hier noch so ein Bild. Okay, perfekt. Ich würde sagen, das war's mit dem Ankleidezimmer slash Schlafzimmer und Ankleidezimmer. Und ich glaube, ich bin fertig mit dem Haus. Oder? Nee, wir haben hier noch einen Raum. Ist, ja, ist kein Raum, aber eine Veranda. Und da nehmen wir uns auch irgendein Pack. Mal gucken, welches. Und für die Veranda benutzen wir das Pack. Jahreszeiten? Oh, das ist süß. Ja, das ist ein cooles Pack. Oh, bei Jahreszeiten haben wir so eine Eck... So ein Eck... Eckfensterstuhl. Alles klar. Also, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht... Nee, da steht gar nicht Eckfensterstuhl. Er... Was? Was ist das für ein Wort? Egal. Aber wir haben so ein Ecksofa. Und das nehme ich einfach mal. Ich finde das ganz süß. So, in dem Lila finde ich es richtig, richtig cute. Was für Pflanzen haben wir hier? Oh. Ich dachte immer, das wäre von nachhaltigem Leben, aber das ist von Jahreszeiten. Cool. Aber wir platzieren zweimal das hier. So. Ja. Grün ist immer schön. Okay. Wir haben nicht so viele Sachen jetzt für eine Veranda. Ich finde, das genügt schon. Und ich glaube, ich kann sagen, wir sind fertig mit dem Haus. Also, ich muss sagen, dieses Haus oder diese Challenge war jetzt echt sehr wild. Das Wohnzimmer, wild. Die Küche, wild. Der Eingangsbereich, wild. Der Flur, wild. Das Badezimmer, süß. Also, ich finde, da hatte ich richtig Glück bei dem Pack. Und ja, bei dem Schlafzimmer ist halt blöd, dass wir keine richtigen Wände, Wandfarben und keine richtigen Boden haben. Aber ich finde, es ist trotzdem ganz süß geworden. Auch wild und durcheinander, aber süß. Und wenn man sich das Haus so von außen aussieht, weiß man nicht wirklich, was auf einen hier wartet, hinter dieser Tür. Aber ich muss sagen, ich finde das Haus an sich sehr süß. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr meine wilden Räume fandet. Und falls ihr weitere Vorschläge für solche Challenges habt, gerne in die Kommentare damit. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!